Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zu einem Unity Tutorial und heute möchte ich mal über etwas reden, worüber ich häufiger schon ausgefragt wurde, was denn das jetzt genau ist und ob ich denn mal da ein paar Tutorials zumachen kann und so weiter. Zuallererst, viele haben mich auch gefragt, ob ich was zum Thema Postprocessing machen möchte, würde und ja, das will ich machen. Allerdings gibt es beim Thema Postprocessing ein kleines Problem, denn das ist auf verschiedenen Render Pipelines unterschiedlich und das bringt mich eigentlich auch schon zu dem Thema, was ich heute ansprechen möchte, nämlich diese Render Pipelines. Wir haben prinzipiell, ihr kennt das ja, hier Unity Hub, ich will hier gerade ein neues Projekt erstellen, haben wir hier dieses ganz normale 3D. Das ist das ganz normale Build-in Render Pipeline, die wir halt in Unity haben. Das ist ein System, was uns befähigt, ganz normal das Culling, das Cutting und so weiter, das Rendering und Postprocessing, alles in einem Stück zu machen, ohne dass wir da irgendwas für tun müssen. Das passiert alles im Hintergrund. Das Spiel wird von dem System einfach erstellt. Die Grafik ist dann halt nicht unbedingt hundertprozentig geil, aber es reicht für ein ordentliches Spiel. Wir können es für Mobile Games nutzen, wir können es für normale PC-Spiele nutzen, je nachdem, was wir halt dort einsetzen wollen. Aber seit einiger Zeit, schon seit der 2018, gibt es die sogenannte High Definition Render Pipeline. Die High Definition Render Pipeline ist eine Grafik-Pipeline, also dafür gedacht, dass all diese Dinge wie Postprocessing und so weiter nicht nur veränderbar sind durch C Sharp. Da muss man dann mit C Sharp programmieren. Nein, sie sind auch schon vorab gestimmt für Geräte, die dazu in der Lage sind, wirklich hohe Leistungen zu erzielen. Das heißt Konsolen oder PCs. Je nachdem, wofür man es dann benutzen möchte, kann man dann die High Definition Render Pipeline benutzen. Im Falle dessen, dass man für die Nintendo Switch was machen möchte, wird das schon wieder kritisch, auch wenn es eine Konsole ist. Aber die ist nicht so leistungsstark. Allerdings gibt es auch die Alternative, nämlich die Universal Render Pipeline, früher mal Lightweight Render Pipeline. Die ist dafür gedacht, dass man auch das Ganze per C Sharp abändern kann. Allerdings ist sie eher auf die Performance ausgerichtet. Das heißt auch Handys und Tablets, genauso wie halt die Nintendo Switch, sind am ehesten hierfür gedacht. Also eigentlich die Render Pipeline eher für die Handys und so weiter. Und deswegen wollte ich euch einfach mal den Unterschied erstmal vorstellen. Und es soll irgendwann soweit kommen, dass die Universal Render Pipeline die normale Render Pipeline ersetzt, soweit ich weiß. Und wir haben hier jetzt die Möglichkeit, das einfach aufzumachen. Wir können jetzt hier ein neues Projekt erstellen. Universal Render Pipeline Test und Create. Und wenn wir dann drin sind, haben wir hier eine Szene, die schon vorgefertigt ist. Viele kennen sie auch schon aus der allgemeinen High Definition Render Pipeline. Bloß, dass hier halt die Universal Render Pipeline verwendet wurde. Und dementsprechend das Ganze am Ende wesentlich performanter ist. Obwohl es am Ende dieselbe Szene ist. Es sieht nahezu identisch aus, aber es gibt halt schon gewisse Unterschiede. Vor allen Dingen Performance Sessions ist es halt schon was ganz anderes. Wenn wir hier einfach mal Fix Analysis Profiler aufmachen. Starten die Szene und gucken uns das hier mal an. Wir sind bei 60 FPS. 100 FPS. Das ist eigentlich eine ganz gute Menge. Und wenn wir dasselbe uns dann nochmal bei der Unity High Definition Render Pipeline anschauen. Wie gesagt, wenn wir uns das hier nochmal anschauen in der High Definition Render Pipeline. Dann sehen wir, dass wir häufiger solche Spitzen haben, wo es dann doch mal Richtung 30 FPS hoch geht. Einfach deswegen, weil meine Grafikkarte jetzt auch nicht mehr die neueste ist. Aber dennoch relativ leistungsstark. Es ist schon ein gewisser Unterschied. Die Performance, man sieht es halt extrem an den FPS. Wir kommen jetzt nicht mehr so einfach in den 100 FPS Bereich. Es ist sehr gut sichtbar, dass exakt dieselbe Szene natürlich von der Beleuchtung her schon etwas anders aussieht. Aber dennoch einfach am Ende komplett gerendert eine vollkommen andere Performance aufbringt. Bloß das Licht, wie gesagt, ist ein wenig anders. Natürlich die Texturen und ähnliches ist so ziemlich exakt das gleiche. Es sind wahrscheinlich exakt die gleichen Modelle. Aber am Ende ist die eine halt performanter und die andere dafür halt schöner. Je nachdem, was ihr halt machen möchtet, ist es dann am Ende für euch wichtig zu wissen, für welche Geräte ihr das Ganze nutzen wollt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall vorher ausdenken. Und ihr solltet auf jeden Fall das möglichst schon am Anfang machen. Da könnt ihr das alles perfekt darauf auslegen. Habt ihr allerdings schon ein Projekt, was halt schon fertig ist. Dann könnt ihr das aber auch auf die High Definition Render Pipeline bzw. auf die Universal Render Pipeline auslegen. Müsst ihr einfach nur über Window Package Manager die jeweilige Pipeline installieren. Also High Definition Render Pipeline oder Universal Render Pipeline. Müsst ihr dann halt installieren. Solltet ihr das getan haben und ihr habt dann möglicherweise einfach Probleme dabei, dass da irgendwelche lilanen Texturen auftauchen. Geht ihr auf Edit, auf Render Pipeline. Und dann müsst ihr auf Upgrade Project Materials to High Definition Materials abändern. Einfach deswegen, weil es sind dann halt immer noch diese ganz einfachen Materialien, die aber halt in der High Definition Render Pipeline nicht mehr funktionieren. Genau dasselbe müsst ihr halt bei der Universal Render Pipeline auch machen. Denn die Materialien müssen dann optimiert werden vom System, damit das Ganze besser funktioniert. Was ich noch vergessen habe zu sagen, vorher müsst ihr natürlich noch auf Create Rendering High Definition Render Pipeline Asset. Das ist notwendig, damit ihr die Einstellung für die High Definition Render Pipeline überhaupt erstellen könnt. Wenn ihr ein neues Projekt mit dieser High Definition Render Pipeline ausstatten wollt, dann müsst ihr das vorher hier einfügen. Dann könnt ihr auch hier die ganzen Sachen mit einstellen, um das ordentlich zu machen. Die ganzen Post Processing Sachen sind dann hier schon mit drin. Das ist auch der Punkt, weshalb ich das erstmal alles erzählen wollte. Post Processing ist in High Definition Render Pipeline, Universal Render Pipeline und auch in der eigentlichen normalen Render Pipeline einfach alles komplett anders. Denn wir haben das hier direkt inkludiert. In der normalen Version müssen wir das über den Package Manager mit hinzufügen. Da haben wir dann hier das Post Processing. Und weil das alles komplett anders läuft, wollte ich das erstmal hier so abtrennen, damit wir wissen, auf was für einer Ebene wir arbeiten. Gut, das erstmal zu diesem Thema, damit ihr das so ein bisschen verstanden habt. Man kann das Ganze updaten, wenn ihr schon ein existentes Programm habt. Man kann es auch direkt von Anfang an erstellen. Ich empfehle immer, gleich von Anfang an zu überlegen, auf was wollen wir arbeiten und welche Qualität soll es haben, welche Standards soll es haben. Und schon da zu entscheiden, welche Render Pipeline man am Ende verwendet. Denn das im Nachhinein einfügen kann manchmal auch zu Problemen führen. Im besten Fall natürlich nicht, aber man weiß ja nie. Dementsprechend denkt euch das vorher schon mal aus. Wenn ihr natürlich nicht so leistungsstarke PCs habt, versucht diese High Definition Render Pipeline ein bisschen zu vermeiden. Denn natürlich auch beim Erstellen dieser Szenen hat man möglicherweise dann ein paar Lags, wenn euer PC das nicht handeln kann. Dementsprechend, ich empfehle prinzipiell eher die Universal Render Pipeline. Denn dann kann man wirklich auf allen Geräten arbeiten und natürlich auf allen auch sehr performant arbeiten. Wenn ihr natürlich das nächste AAA-Spiel erstellen wollt, dann müsst ihr auf die High Definition Render Pipeline natürlich umsteigen. Denn das ist ja irgendwo so der Standard für die AAA-Titel. Dementsprechend solltet ihr euch da einfach vorher Gedanken machen. Gut, das war es dann für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020